Was ist das, dass Augsburg sich dynamisch entwickelt hat? Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, dann stelle ich fest, dass Augsburg sich dynamisch entwickelt hat. Wir haben das Bevölkerungswachstum, die Lebensqualität in Augsburg hat zugenommen und die Leute sind im Großen und Ganzen zufrieden. Ich bin stolz auf die Gemeinschaftsleistung, die wir erreicht haben in der Augsburger Stadtregierung, in einem guten Miteinander. Dass wir große Ziele auf den Weg gebracht haben in die Umsetzung, wie das Universitätsklinikum oder die Theatersanierung oder den Innovationspark und vieles andere mehr. Letztendlich ein Erfolg für Augsburg und gute Aussichten für die nächsten drei Jahre.